Ganz kurz Leute, ich veranstalte gerade ein Experiment und in diesem Video könnt ihr 10 Euro gewinnen. Das einzige was ihr machen müsst ist ein Like auf dieses Video zu hinterlassen, Abo-Glocke aktivieren logischerweise und schaut euch mal das ganze Video durch und schreibt mir in die Kommentare dann welcher Skin euer Lieblings-Skin ist, der jetzt in nächster Zeit rauskommt. Die Auflösung des ganzen Experiment und des Gewinnspiels gibt es auf jeden Fall nächste Woche und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und viel Spaß natürlich mit allen Leaks, In-Game-Szenen und die neuen Skins im Bundles, die jetzt rauskommen. Alright, alright, alright Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Direkt nach dem Livestream jetzt ein Video über die neuesten Skins und Leaks und In-Game-Animationen, wie das auch im Spiel aussieht, zu allen neuen Skins, die jetzt nachträglich in den Shop reinkommen und Leute, das ist wahrscheinlich das beste Update seit Season 8, was wir hatten, was die coolsten und geilsten Skins im Shop kriegen wird, die wir bisher hatten. Ohne Witz Leute, es ist auf jeden Fall ein mega nices Ding dabei und ich denke mal für jeden ist irgendwas dabei. Zu allererst seit dem neuen Update gibt es zwei neue Stile und zwar für die Astronauten-Skins aus Season 3, sowohl der männliche als auch der weibliche Skin, also sowohl der Jonesy-Astronaut als auch Ramirez-Astronaut, haben jetzt Stile bekommen, einmal mit dem Helm runtergeklappt, einmal komplett ohne Helm und die stinknormale Version, wo mit Helm aber Visier hochgeklappt. Das ist die alte Variante. Insgesamt gibt es jetzt drei neue Varianten und ich denke mal, die Season 3 Spieler wird es hier freuen und so wie es aussieht, wird es auch mehr und mehr und mehr und mehr Skins geben, die ihren Helm abnehmen können und ohne Witz, wenn in Season 9 keine Headblinks reinkommen, wo man den Kopf ausrüsten kann, den Helm irgendwie an andere Skins reinpacken kann, dann weiß ich auch nicht. Das riecht schon danach, es baut sich schon ein bisschen so danach auf und es wäre einfach nur mega geil, wenn wir diesen Astronauten-Helm in irgendwelchen anderen Skins draufpacken könnten. Und das ist eines der ersten neuen Sachen, Leute, ist auf jeden Fall der bestätigte Lavas-Bundle-Skin jetzt, beziehungsweise das Lava-Bundle. Erst hatten wir nur einen kurzen Leak in den Spielen, beziehungsweise in den Xbox-Store, dass es einen Lava-Bundle gibt. Jetzt ist es in den Spieldateien drin, wir wissen, was auf jeden Fall im Bundle drin ist und wie die Skins aussehen. Wir haben einmal die Lava-Valkyre, den Lava-Schlachten und den Lava-Wing. Das ist der Gleiter, der Frost-Wing-Gleiter, der epische Drache, den wir im Spiel haben. Der Drache ist episch, aber die Seltenheit ist legendär, muss man ein bisschen auseinanderhalten. Der legendäre Gleiter ist episch, der war mega geil und den kriegen wir jetzt als Feuer-Variante, der nochmal ein Stückchen geiler aussieht, Leute. Und selbst der Lava-Schlachten-Hund sieht für mich nochmal ein bisschen besser aus als die Original-Version. Und die Valkyre ist, denke ich mal, auch eine ganz nette Variation, wobei ich die Valkyre ein bisschen die Schwächste von dem ganzen Bundle finde. Kriegen aber natürlich auch ihre entsprechenden Rucksäcke in der Feuer-Variante. Drei legendäre Sachen, sprich, jeweils würde das 2.000, 2.000 und 1.500 für den Gleiter sein. Für den Preis können wir uns wahrscheinlich ans Frost-Legenden-Bundle, sag ich mal, orientieren. Und deswegen können wir hier zwischen 20 und 30 Euro, können wir hier definitiv mit rechnen. Beim Frost-Legenden-Skin war auf jeden Fall ein dritter legendärer, normaler Skin drin. Und hier haben wir halt nur einen Gleiter, deswegen ist es möglich, dass es vielleicht ein bisschen billiger ist als das Frost-Legenden-Bundle. Im Umkehrschluss aber, die Skins, die im Frost-Legenden-Bundle drin sind, waren deutlich, deutlich älter. Da waren der Liebesranger drin und die Rote Ritterin, die noch so von Season 3 und so weiter waren. Deutlich ältere Skins und die Valkyre ist so ein bisschen aktueller und das Schlachtenhund ist auch nicht der Neueste. Aber wegen dem Gleiter kann es sein, dass wir halt hier vielleicht doch 20 Minuten, 20 Minuten, 20 Euro bezahlen können. Also irgendwo in dieser Spanne. Wann das rauskommt, ist natürlich wie immer offen, Leute. Keiner kann den Shop hier vorhersehen. Tausend Leute fragen, wann kommt das, wann kommt das, wann kommt das. In den Leaks steht nie, wann so ein Bundle rauskommt. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich in den nächsten Tagen freuen. Der Unterschied zu diesem Bundle ist, dass ihr dann mit Echtgeld bezahlt und nicht mit V-Bucks. Schon ähnlich wie das Frost-Legenden-Bundle müsst ihr echtes Geld benutzen, um den zu bezahlen. Aber da kriegen wir ein nettes Set. Um beim Feuer-Thema zu bleiben, gibt es noch einen weiteren mysteriösen Skin. Und das ist dieser Anzug-Skin mit einer Feuermaske, ne. Genannt Evil Suit, also böser Anzug. Ist das jetzt ein Anzug, ein komplett neues Set in den Spielerteilen, das reinkommen könnte. Und sieht auf jeden Fall aus wie der Wildcard-Skin, beziehungsweise auch der John Wick, nur halt in ziemlich rot. Die Maske sieht sehr, sehr verbrannt aus, sehr böse. Deswegen auch der böse Anzug, Evil Suit. Aber der ganze Skin kommt anscheinend als Set raus. Und das ist einmal ein Waffenskin, der auch sehr verbrannt aussieht, also mit Feuereffekten, ne. Und einmal eine Spitzhacke, eine rote Spitzhacke, die auch nicht an den Wildcard-Skin, äh, sag ich mal, äh, sag ich mal, erinnert, ne. Äh, und viele haben jetzt gedacht, dass das vielleicht ein Stil von einem Wildcard-Skin ist. Aber jetzt, wo das Update raus ist, wir haben keinen neuen Stil für einen Wildcard-Skin bekommen. Und, äh, dadurch, dass es die Spitzhacke noch gibt, die als passende Spitzhacke für das Set ist, und auch überhaupt nicht wie die, wie die, ah, sag ich mal, die, die, äh, wie das Blecheisen aussieht von einem Wildcard-Skin. Denn, äh, würde ich hier mal nicht sagen, dass es ein, äh, sag ich mal, ein neuer Stil für den Wildcard ist, sondern ein komplett eigenständiger neuer Skin ist. Und halt, äh, jetzt einen roten Evil-Suit mit einer roten Maske passt. Ist aber nicht im Lava-Bundle drin, ihr wohlmerkt, ist ein einzelner Skin, wie so oft in Fortnite. Gibt einen neuen Spar-Skin, und das ist der Kaktus-Skin, Leute. Ja, ein wasch, echter Kaktus. Einfach hundertprozentiger Kaktus. Du kannst als Kaktus in diesem Spiel rumstehen, du kannst ein Kaktus sein, du bist der Kaktus. Und, äh, ist ein grüner Skin, das weißt du, relativ günstig. Du siehst einfach hundertprozentig aus wie ein Kaktus. Und ich calle es jetzt schon mal. Ich calle es jetzt schon mal. Wenn dieser Skin rauskommt, werde ich ein Video machen, wo ich die ganze Runde lang in der Wüste neben einem Kaktus stehe und mich als Kaktus ausgebe. Und das ganze Match lang als Kaktus spiele. Bevor es Laserbeam macht oder irgendein anderer. Ansonsten gibt es auch nicht viel zu sagen. Kriegt eine eigene Spitzsacke tatsächlich. Für den, äh, Kaktus-Skin gibt es eine eigene Spitzsacke, wo auch ein Kaktus drauf ist. Also, das komplette Kaktus-Set ist auf jeden Fall hier drinnen. Ist eine ziemlich lustige Idee, denke ich mal. Viele würden es, einige würden es feiern, die lustige Skins mögen, die die epische Skins haben wollen. Die werden da eher abgeneigt sein. Aber für die gibt es auch noch viele weitere Skins, die die feiern können. Die nächsten Skins sind weitere Piraten-Skins. Sowohl männlich als auch weiblich kriegen wir hier zwei Piraten-Skins. Sind blaue Skins, also Seltenheitsstufe selten. Ein bisschen billiger, aber das Besondere an denen, die haben auswählbare Stile. Erstmal so ein etwas schlichterer Matrosen-Look. Eher sieht so aus, als ob der eher, sag ich mal, am Schiffteck den Boden schrubbt. Und dann gibt es noch einen freischaltbaren Stil, der mehr an eine Kapitän erinnert. Also zweifaltreischaltbare Stile. Und die sehen schon auf jeden Fall ziemlich nice aus. Für blaue Skins sehen die auf jeden Fall sehr detailliert aus. Sehr cool aus. Ein nicer Piratenhut mit geilen Piraten-Akzenten. Auswählbarer Stil für einen blauen Skin ist immer wieder etwas Besonderes in meinen Augen. Aber die sehen auf jeden Fall ziemlich knusprig aus. Und tatsächlich sogar noch einen Gleiter mit einem Segel obendrauf, mit einem Oktapus, beziehungsweise einem Kraken obendrauf. Das kommt auch noch, aber der Gleiter ist relativ schlicht. Wird also ein ziemlich günstiger Gleiter sein. Da ist jetzt nichts krasses dran. Kein krasser Effekt. Der nächste Skin, der noch im ganzen Update drinnen sind, sind die neuen Schamanen-Skins. Sowohl auch wieder männlich als auch weiblich sind epische Skins. Sprich lila eine Farbe, die man sich im Shop kaufen kann. Wobei mir der Männliche ein bisschen besser gefällt. Und sehen auf jeden Fall ziemlich, ziemlich crazy aus. Sehen aus wie Kannibale. Und denke ich mal, sind auch passend zu dem Ort nördlich von Sunny Steps. Gibt es so ein kleines Lager, so ein kleines Kannibalenlager, wo die einen Lama auf dem Lagerfeuer haben. Falls ihr den Ort nicht habt, müsst ihr den mal unbedingt auschecken. Mega nicer Ort. Und ich denke mal, dass diese Skins passend zu diesem Ort sind, weil es halt dort diese kleinen Hütchen gibt, wo die sind. Und wo die dann wahrscheinlich hier wohnen. Und ob das jetzt ein Kannibalen-Dorf ist oder ein Schamanen-Dorf, ich sag mal, jetzt dahin gestellt. Aber die passen dann dazu. Natürlich haben die passend dazu noch eine eigene Spitzhacke, einen Rucksack. Also ist wieder alles dabei. Irgendwie so, wie es aussieht, fehlt der Gleiter oder ich hab ihn auf jeden Fall nicht. Dann gibt es noch eine weitere Spitzhacke, die bisher keinen Skin zugeordnet hat. Also entweder ist diese Spitzhacke alleinstehend, so wie wir der Baumstumpf vor kurzem hatten. Oder aber es ist ein verschlüsselter Skin in den Spieldateien. Aber es ist die Dämonenklaue, Leute. Und diese Spitzhacke sieht lecker aus. Die sieht richtig schön, brutal, böse aus. Und aus dem Maul, aus dieser Dämonenklaue, tropft tatsächlich noch Lava-Feuer runter. Und das sieht mega geil aus. Ich hoffe, es gibt wirklich einen passenden Skin dazu. Vielleicht so den weiblichen Dämonen-Skin, den wir vor kurzem hatten. Dieses teuflische Set, ne. Aber anhand der Spitzhacke kann ich mir da einen richtig böseartigen Sauron-Skin mit fetter Metallrüstung spitzen und fließender Lava aus den Ohren raus. Oder irgendwas in diese Richtung, ne. Ne, Spitzhacke ist auf jeden Fall alleinstehend. Ist eine epische Spitzhacke. Ist ein bisschen teurer, aber hat auf jeden Fall coole Effekte. Sieht krass aus. Sieht episch aus. Und verdient auf jeden Fall die epische Seltenheit. Ich hoffe nur, dass dahinter wirklich ein Skin steckt und dass da noch was rauskommt. Zwei neue Gleiter gibt es in dem Spiel. Beziehungsweise, ja doch, zwei neue Gleiter passen hier. Abseits von dem dritten Gleiter, der für die Piraten-Skins sind, ne. Aber ein Gleiter ist für die Kuschel-Oberbeauftragter und ein fliegender, kuschelnder Teddybär. Pinker Teddybär, mit dem du durch die Lüfte schwingen kannst. Also, der Kuschel-Oberbeauftragter hat jetzt sein komplettes Set. Die Spitzhacke ist drin und da war gerade ein Zwerg im Gameplay. Da war gerade ein Zwerg im Gameplay. Übrigens, danke 1 an 1 Wolke, dass er mir dieses Gameplay zuhört. Zugesendet hat, kann ich immer wieder gerne benutzen, wenn es schnell gehen muss. Wenn ich schnell irgendwie euch Infos liefern muss, dann kann ich mich nur auf das Gerede konzentrieren. Und der zweite Gleiter ist auf jeden Fall für den Bullseye-Skin. Weil der Bullseye-Skin hat jetzt gut auf einfach einen neuen, das stinkt normalen Default-Gleiter. Und auf dem Segel ist eine Zielscheibe drauf. Das heißt, es ist ein grüner Gleiter. Relativ günstig, relativ schlecht. Für die Leute, die den Bullseye-Skin feiern, denke ich mal, ist das ganz okay. Dann ist das Set vollständig. Vier neue Tätze kommen in dieses Spiel rein. Und tatsächlich, ein Epischer ist mit dabei. Und da dreht er halt mit einem Feuer-Stick herum und macht dabei einen Feuertanz. Das Thema ist Feuer in Season 8. Und viele Feuersachen sind jetzt drinnen. Teilt das dann auch noch in 2 auf. Ist ein epischer Tanz und deswegen halt ein bisschen teurer. Aber ich denke mal, es ist ziemlich nice animiert. Und passend zu den ganzen Feuerskins ist das auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Der zweite Tanz ist Fancy Full. Ist ein blauer Tanz, aber relativ schlicht. Und dann schwappt er da ein bisschen mit den Händen rum. Ähnlich wie so ein Hawaii-Skin. Ein weiterer grüner Tanz nennt sich Jazz-Hands. Dann wackelt er da so ein bisschen mit den Händen. Und der letzte Tanz ist Punched Up. Der macht ein bisschen Schaulinen-Übung. Das Kind zappelt jetzt hier in dem Video ziemlich herum. Ich weiß auch nicht warum, aber ist ziemlich am Zappeln. Aber ja, so sehen auf jeden Fall die Tänze aus. Auch mit der Walküre nochmal. Hier seht ihr die Walküre nochmal ingame. Wie voll abspastet. Am weiteren Leak, den ich euch servieren kann, betrifft den Bogen, den wir schon im Ladebildschirm gesehen haben. Jetzt sind aber auch wirklich die Spieldateien drinnen. Und man sieht das 3D-Modell und den Namen. Und es ist tatsächlich ein Explosiv-Bogen. Also die Schüsse, die wenn die einschlagen, werden anscheinend einen kleinen Explosionsradius haben. Ich denke mal ähnlich wie der Quad-Launcher. Also nicht so groß wie der Raketenwerfer, dass der Radius riesig ist. Sondern ähnlich klein wie bei dem Quad-Launcher. Und sollte auf jeden Fall eine ziemlich interessante Waffe werden. Ich finde ein Bogen im Spiel auf jeden Fall mega nice. Wobei ich tatsächlich einen leisen Bogen irgendwie geiler finde. Stellt euch mal vor, ihr schleicht durch die Büsche, habt einen leisen Bogen. Und dann macht ihr... Da zischt einmal der Pfeil durch. Headshot natürlich sofort tödlich. Wäre auf jeden Fall mega nice der Bogen. Aber ihr seht so ein bisschen jetzt die Animation hier. So würde es aussehen, wenn der Bogen gespannt ist. So sieht ein Spieler aus, wenn er den Bogen trägt. Wie er rumläuft und wie er duckt oder nach oben gerichtet ist. Da kauert sich auch ein bisschen was zusammen. Ist halt nachträglich animiert. Aber ihr könnt euch so ein bisschen das Bild vorstellen, wie dieser Bogen aussieht. Und ich denke mal, dass der Bogen tatsächlich nächste Woche rauskommt wegen dem Ladebildschirm. Im Ladebildschirm sehen wir den Bogen. Und sollte auf jeden Fall reinkommen. Aber hey, hatten wir ja schon mal. Wir haben ja das Snowboard auch irgendwie in Woche 3 Ladebildschirm oder Woche 4 Ladebildschirm gehabt. Und das kam erst in Woche 9 oder 10 rein. Hatten wir auch schon mal deswegen. Sei mal dahingestellt. Ist alles offen. Es gibt noch weitere Leaks zu neuen Events, die jetzt auf uns zukommen. Anscheinend zwei weitere Events, die jetzt in nächster Zeit auf uns zukommen, Leute. Da werde ich noch ein eigenes Video zu rausbringen. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, welche dieser Skins ihr feiert, was ihr euch davon holt. Und natürlich mit welchen Creator-Code... Ist dann, ihr habt gehört. Der Creator-Code, der gibt auf jeden Fall eine Woche Glück. Genauso eine Woche Glück, wenn ihr jetzt auf einen Live drückt, ne. Und 10 Euro Gewinnspiel kriegt ihr auch nochmal, wenn ihr jetzt auf den Like-Button drückt. Und könnt natürlich auch gerne Abo-Glocke aktivieren. Abo und die Glocke aktivieren. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ihr verpasst keine weiteren Videos. Checkt auch andere Videos aus, wie Brawl Stars zum Beispiel. Wäre mega nice, wenn ihr nicht nur Fortnite gucken würdet, sondern alles. Würde mich unterstützen und ihr hättet ein bisschen Abwechslung und so weiter. Nö, wir sind auf jeden Fall Knosprech. Ich bepasse auf euch auf und gebt mir eine Flosse. Flop. Abonniert's Template, Doppelpumpe.